Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Andreas Klamm-Saberort von Radio TV IBS Liberty. Ich wünsche Ihnen zum neuen jüdischen Jahr 5777. Shana Tova, Happy New Year. Shana Tova, ein gutes, neues, glückliches Jahr erfüllt mit Liebe, Gesundheit, Frieden, Sicherheit, Hoffnung, Empathie, Gesundheit und Freude und Frieden. Shana Tova. Mein Name ist Andreas Klamm von Radio TV IBS Liberty. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Bis zum nächsten Mal. Shalom. Shana Tova.